Red Bull Skills hier auf der Lenzerheide, vier Disziplinen in einem Lauf, ohne Stopp, ohne Skiwechsel. Wir stehen, es werden von den Challengers herausgefordert und ich bin gespannt, wie das abgeht. Ich fahre schon seit ich drei bin, dann ist das mal zu meinem grossen Hobby gekommen, dann zu meiner Leidenschaft und jetzt bin ich acht Jahre schon im Spitzensport. Ski fahren bedeutet mir im Moment eigentlich alles und im Moment ist es halt so, dass man im Sommer arbeiten geht, um Geld zu verdienen, dass man die ganze Saison dann zahlen kann. Aufgrund von schlechtem Wetter ist jetzt Qualifying abgesagt worden und wir haben jetzt gehofft, durch den Qualifying haben wir Trainingsvorsprung. Aber jetzt müssen wir halt morgen frisch attackieren wie die anderen auch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 2.11. 2.11. Jetzt kommt wieder ins Oberstrach. Ich muss wieder bis zu unten voll attackieren und dann schauen wir, was es gibt. 2.11. 1. 2. 2. 3. 2. 0. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020